ich hänge dafür das vertrauen der verfolgt mich leute ich muss zwei stück einer einer ist noch da einer ist noch da da hinten rausgesprungen schön jungs holy shit alter ich bin da rumgerannt klipp das war einer wie ich da rumgerannt bin in dem haus alter bevor einen raum in den anderen und dann wieder im anderen ja hallo er dreht es doch schon wieder ja einer war oben im haus was man lieber den okay das ist dann anderes team das da drüben hier oben sind weib bei mir kommt eine bohrladung reingeflogen kommt kommt hoch noch einer ist los irgendwas schießt auf mich noch da ist richtig low der eine Jaffelin, kill him! No. Ich kann nicht sagen. Oh, mein Gott. Ja, dann liegt er hinter seinem Brücken, Papa. Hä? Ja, den siehst du, Papa. Ah! Guck dir es. Was ist das? Wo ist der Penner? Hallo? Hä? Was? Hä? 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 Okay. Ich nehm auf. Ich hab Angst, dass meine Klasse mir gleich SP gehen. Ja. Wieso? Anstatt, dass sie es mir hindroppen? Nee, die rennen beide wie so Äffchen an mir vorbei, Alter. Ja, genau zum Schafo und Schafo. Ja, anstatt, ihr seid beide an mir vorbei gelaufen. Wie so Hühner, Alter. Äh, keine Ahnung. Danke für ein Geschenk auf TikTok. Kannst du mich starten abgelesen? Ein Stück. Oh! Boah! Uff! In dem Ding hier, oder was? Oh, tatsächlich. Hallo. Was ein Dude, Alter. Was ein Dude. Er steht da einfach und erwartet seinen bitteren Tod, ey. Im Solo habe ich eigentlich literally keinen Bock zu benutzen. Schau mal, da, 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 da. Habe ich schon was. Da sind die Hacks on point, oder? Spaß, Leute. Chillt mal. Hallo, Marvin. Ich bin absteuert. Ah, ich bin absteuert. Ah, ah, ah. Dumme, hallo? Das Auto schiebt mich immer weiter. Du hättest einfach nur runterlaufen müssen und nicht F drücken. Junge. Das Auto hat mich immer weiter runtergeschubst. Immer weiter und immer weiter. Hier ist noch einer auf dem gegenüberliegenden Dach. Ach so, ich seh's nicht oben. Fuck. Red hoch, schnell. Klappe, Klappe, Klappe. Hast du alle? Ja, da. Hä, da ist noch einer. Nein. Wollen sie mich hinter dir? Hier. Du kriegst von mir über 200 Euro Geschenke. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ja, okay. Boxen stärker als Pistole. Ich will mehr. Ich will mehr. Jetzt haben wir. Also das verstehe ich bis heute noch nicht. Warum Boxen stärker als Pistole ist. Ich will mehr. Bust du lieber, Bust du lieber, Bust du lieber. Auf den sie versårt dich aus. Ja, der ist ja ich mit der Seite. Und die C slot wird. Da ist aber noch einer drin. Wo kommt denn der Gegner her? Ich dachte, das ist Carrie. Das war ein feuchter Schwarzer. Ballerts ganz schön am Job. Ja, mein Zuschauer. Ja, meistens, du denkst zwar saugt jemand, aber bei jemandem läuft die Playstation 4 im Hintergrund. Ja, von dem... Der ist von mir. Er läuft über dir, ja. Er ist runtergesprungen. Hä? Hä? Bye, have a great time. Ich dachte, du checkst es vielleicht. Hachi, weißt du, dass man das nicht sieht? Ich hab... Ah! Junge, ich hab ihn gesehen. Sogar unten durch. Junge, warum... Warum? Ich komm nicht... Ich bin nicht rausgekommen, Junge. Ah, wir kommen durch. Du gehst nicht, ich stehe einfach raus. Du kriegst nicht die Hände raus. Mann, ich bin nicht aus meinem Ding rausgekommen. Junge, heute will ich das Game about provozieren, oder? Nee, Junge, aber komm, das war ja auch ein Todesurteil. Du stehst da drei Sekunden... Ich bin nicht rausgekommen aus meinem Inventar, Junge. Wieso soll ich einfach deine Shotgun-Munni weglegen? Es ging nicht, ich hab es probiert. Es hängen. Ich bin hängen geblieben, Junge. Was ist eine Göttin? Ich fick euch! Ich stich ihn ab! Ja! Falsches Gesicht! Wow, Baby! Von wem keins kommt? Ich brauche denke ich gar nicht mehr in meinen Stream reinkommen. Okay, tschüssi! Was ist das denn? Was ist das denn? Wollen wir darüber reden, was passiert ist? Nein, bei mir! Keine Treffer! Nochmal! Wo campen die? Das bin ich, Junge! Kein Name angezeigt! Immer noch oben, glaube ich, drauf, gell? Zwei auf jeden Fall. Ja, drei, drei! Alter! Nice Camper, Buddies! Junge, also heute macht das Spiel wirklich keinen Spaß! Junge, also heute macht das Spiel wirklich keinen Spaß! Und noch mal bei ihr, wenn Ihr da seid. Das war die beiden mit der Überschrift! Ja, die zwei haben fifteen denn. Wir schauen euch noch mal bei euch! Alles! Das war die Verzsdag!